Schall erzeugt Sinneseindrücke, die wir mit unserem Gehör wahrnehmen. Und von solchen Sinneseindrücken gibt es eine ganze Menge. Auf jeden Fall hat Schall einige sehr interessante Eigenschaften. So kann man zum Beispiel mit einem Trommelschlag eine Kerze auspusten. Die Lautstärke des Schalls kann man ebenfalls an den Schallwellen ablesen. Hinter lauten Tönen steckt immer eine starke Schwingung.